Moin, servus, moin Leute, was geht? Hier ist wieder mal Alex S. Und heute mit dem österreichischen Pokal Rapid Wien gegen Elskar in St. Pölten. Viel Spaß! Heute in der VIP-Loge. Ich melde mich jetzt nochmal aus dem Schnitt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischauen würdet. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne vorbei, ich bin jetzt öfter live. Und jetzt geht's weiter mit dem Stadion-Vlog. Das Jahr ist 2024 zum ersten Heimspiel im Jubiläumsjahr. 125 Jahre S. Pölten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges. Und zwar das ÖF-Bekker Viertelfinale gegen den S. Pölten. Keeper von St. Pölten, komm rein! Meine Prediction ist übrigens ein 3 zu 1 für Rapid. Pölten, Pölten, Pölten! Auf West, wo sind wir Rapid-Fans? Ja! Danke! Beat-Fans! Mit der Nummer 45, Niki! Hörger! Mit der Nummer 1, unser Kapitän Guido! Burgsthaler! Mit der Nummer 10, zum ersten Mal für Rapid, Christoph! Lang! Es ist psychotophobio. Ja cool! Schraub. Läsen! Herzlichen Glückwunsch! Zwei! 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 Z Die Jubiläums-Trikots sieht so geil aus! Was? Bruder, dann wollen die das checken! Nein! Was? Was ist da? So eine Scheiße! Komm, Hedl, hast du! Hast du, Hedl! Früher 1-0 Rückstand. Kommt, Jungs, es dreht ihr noch! Früher 1-0 Aufschrauben. Früher 2-0 Rückstand. Früher 1-0 Rückstand. Früher 1-0 Rückstand. Jaaa! 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 Auf die Tito! Auf die Tito! Auf die Tito! Jaaa! Jaaa! Du! Ey, muss ich sagen schon! Kriegen wir den immer! Witzeser Kanschspiel! Witzeser Handschspiel! Witzeser Handschspiel! Jaaa! 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 Komm, mach dir, mach dir, mach dir! Brühl, ich werde frau dir! Jaaa! 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 Start! Jaaa! Danke! Jaaa! 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 Du! Du! Jaaa! Du! 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 Jaaa! Du! Du! Jaaa! Gud! Die! Nummer 10, Christoph Lall. Und zweitens die Christoph Lall. Wir werden zum ersten Mal für die Kampel. Wir haben jetzt zum ersten Mal für die Kampel. Musik Die Atocheze von ZOEV-Akter Matthias Der Atocheze von ZOEV-Akter Matthias Südde! Hüttelkopf! Vind! Väst! Hüttelkopf! Vind! Väst! Hüttelkopf! Wille Wechsel! Ujzale jest not primär! Ja wnosz wielu nawet im... O siedem mistrzny! Jeeeeeee! Jeeeeeeee! Jee! Jeeeee! Jee! Wiesel, wiesel! Jeeee! Jeeeee! Es gibt den Mann einen Sportshow! Es gibt den Mann einen Sportshow! Das ist ja richtig, richtig! Oh mein Gott! Jetzt aber wirklich, wenn du warst mit Johnson Nummer 18, Matthias! Seite! Neuer Stischer! Rappen! Neuer! Rappen! 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 Mit diesem Sieg würde ich sagen, das ist im Stadion im Vlog und ich hoffe, er hat euch gefallen und ciao, Leute!